Hallihallo, Willkommen bei Inkree, Willkommen bei Poundmaker zum letzten Mal, letztes Mal live auf Twitch, auf YouTube der Beginn einer letzten Mini Staffel. Warum das letzte Mal? War es so doof? War es so blöd? Hat es uns keinen Spaß gemacht? Nein, im Gegenteil, ein wunderschönes Let's Play. Nur, es kommt ja, die Entwickler von Civilization 6 quälen uns ja damit, dass sie alle zwei Monate neuen Content, neue Inhalte, neue Erweiterungen auf uns drauf schaufeln. Die wir dann auch neugierig, wie wir sind, natürlich auch kennenlernen wollen. Das ist der Zeitplan der Entwickler. Alle zwei Monate im New Frontier Pass enthalten ein neues Pack. Das zweite kommt raus am 23. Juli. Oder ist es der 24.? Es ist auf jeden Fall 23. Juli, da kommt der Ethiopian Pack raus. Der bringt uns was? Äthiopien als neue spielbare Fraktion. Verschiedene andere Dinge im Diplomatenviertel, das man bauen kann. Neue alternative Anführer für schon bestehende Zivilisationen. Und außerdem halt mit den Äthiopiern eine Zivilisation mit Bruni, die zu dem Zeitpunkt, wo wir hier Streaming das aufzeichnen, das ist am 15. Juli noch gar nicht im Detail kennen. Aber was wir kennen, ist ein neues Spielfeature, das es gibt. Verschwörungstheorien werden wahr. Aus Verschwörungstheorien wird Verschwörungspraxis. Wir können Geheimbünde gründen, wie und auch die KI. Wir können die im Laufe der Zeit von Epoche zu Epoche verbessern, können Upgrades durchführen und die noch attraktiver gestalten. Klingt total spannend. Und es ist aber mal die Wahl der Qual. Ich mache ja vier Streams pro Woche auf Twitch. Daraus resultiert eine Flut von YouTube-Videos. Und ja, also bei vier Livestreams pro Woche mehr als zwei Civ-6-Let's-Play-Reihen, das geht nicht. Weil dann gehen die anderen Leute, die die anderen Spiele haben wollen, gehen natürlich auf die Barrikaden. Das heißt, alle zwei Monate stellt sich für uns und euch die Frage, wie geht's weiter? Von den zwei bestehenden Civ-6-Reihen und den weiteren neuen, die jetzt möglich wäre mit der neuen Zivilisation, was wollen wir gemeinsam spielen? Und diese Entscheidung habe ich diesmal nicht im stillen Kämmerlein getroffen, sondern ich habe euch gefragt. Ich bin nämlich hier rübergegangen in den sogenannten Community-Tab auf YouTube und habe mit euch eine Abstimmung gemacht. Den Community-Tab auf YouTube findet ihr auf dem Kanal. Da gibt es ja Übersicht, Videos, Playlists. Hier oben seht ihr die verschiedenen Tabs. Da gibt es Community und da mache ich regelmäßig Infos, weise auf Aktionen hin, Info rum, poste Gamesplanet-Gutscheine, kündige Streams an und so weiter. Diesmal gab es eine Abstimmung, da haben sich unheimlich viele Leute daran beteiligt. Das war vor drei Tagen, also am 11. oder 12. Juli, da habe ich das gestartet. Und nach anderthalb Tagen hatten sich schon tausend Leute beteiligt. Das war Wahnsinn. Ich habe ähnliche Abstimmungen auch mehrfach bei Live-Screams durchgeführt auf Twitch. Und selbst wenn ihr es nicht gesehen haben solltet, also ihr im Einzelfall, das Ergebnis war glasklar und war auch Twitch und YouTube übergreifend. Und das ist das Ergebnis hier. Ihr seht es in Prozenten. Etwa ein Drittel von euch haben gesagt, ach wisst ihr, WB, ob jetzt Cree oder ob jetzt Großkolumbien im Zusammenhang mit dem Apokalypse-Modus oder ob Äthiopien und Geheimgesellschaften, was soll's, Hauptsache Civsex mit WB. Wir sind glücklich, wir sind nie unzufrieden. Danke, dass so viel Content rüberkommt. So interpretiere ich das zumindest. Das ist natürlich sehr schmeichelhaft. Vielen lieben Dank. Hilft mir null bei der Entscheidungsfindung. Aber ich habe die Option herein gemacht, weil ich mir dachte, ich will euch ja nicht quälen, dass ihr euch entscheiden müsst. Und bei den drei anderen Alternativen war das Ergebnis auch klar. Im Prinzip, so ganz grob, stellt euch mal einfach vor, vor euch sind neun Leute aus unserer Community. Neun repräsentative User oder Userinnen. Neun. So kann man sich das am besten vorstellen. Einer oder eine davon hat gesagt, ich will unbedingt, dass ich nicht Äthiopien, ich habe keinen Bock auf Äthiopien, ich habe keinen Bock auf Geheimgesellschaften, ich will die alle, die neuen Dinge, die spiele ich vielleicht selber, aber die musst du uns nicht zeigen. Ich will unbedingt die alten Let's Plays fortsetzen. Einer von neun. Und acht andere haben gesagt, nee, sorry, lieber nicht, ich möchte unbedingt den neuen Content sehen. So war ungefähr das Verhältnis, wenn man diese Prozentzahlen vergleicht, also die 16 plus die 44, zusammen 50 Prozent, auf der anderen Seite 6. 1 zu 9 oder 1 zu 10 ist also ungefähr so das Verhältnis oder 1 zu 8, irgendwas so ungefähr über den Daumen. Und dann war noch die Frage, also und da kann ich natürlich, es haben sich ein paar sehr unzufrieden und sehr enttäuscht gezeigt darüber, dass es dann, ja, dass ich unbedingt den neuen DLC dann zeige, aber entweder, also wenn ich mich schon, wenn ich euch schon frage, dann muss ich, dann orientiere ich mich natürlich auch an der großen Mehrheit, die sich so klar geäußert hat, alles andere wäre ja Quark. So machen wir das dann. Und dann habe ich euch noch gefragt, so interpretiere ich auch die Abstimmung, wenn, dann Äthiopien, dann lieber mit den, was ist das Zweite, Großkolumbien oder Cree? Und hier war das Verhältnis 6 zu 44 Prozent oder anders formuliert, es waren siebenmal, genau, siebenmal mehr Leute. Also etwa, wenn man, da kann man sich vorstellen, acht Leute stehen vor einem und einer oder eine sagt die Cree und sieben sagen, wir wollen lieber als zweites nehmen Äthiopien, Großkolumbien und Apokalypse haben. Und das ist auch sehr eindeutig. Und ich kann, natürlich verstehe ich, wenn einzelne Leute sich enttäuscht zeigen. Und das zeigt mir auch ein bisschen, dass ihr, dass euch das wichtig ist und dass ihr Spaß daran gefunden habt, was wir hier machen, dass euch das nicht am allerwertesten vorbeigeht. Insofern finde ich das sogar schmeichelhaft, wenn ihr enttäuscht seid. Das klingt grausam, aber ist eigentlich ganz lieb gemeint, dieser Satz von mir. Aber, naja, ist dann halt so. Das war diese Abstimmung, die ich durchgeführt habe. Aber, 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 das, was wir uns heute erspielen, heute und was in den nächsten Tagen dann auf YouTube in Aufzeichnung kommt, das wird fortgesetzt. Nicht von mir, aber wenn ihr möchtet, von euch. Und was ihr dann macht, zeige ich euch auch. Kein Gag. Und zwar habe ich das hier gemacht. Das ist ein Thread bei uns im Community Forum. Den Link darauf kriegen die Leute auf dem Twitch-Screen von KibaFox gerade gepostet. Danke, Captain Kiba. Und den Link darauf packe ich euch auf YouTube auch in die Textbeschreibung dieses Videos unter anderem kommenden Videos. Und das bedeutet nichts anderes als das Save-Game, das ich mir heute mit euch erspiele. Am 15. Juli. Das letzte Save-Game mit den Kree. Das nehme ich und werde es unmittelbar in den letzten Minuten des Streams, wahrscheinlich live, noch bevor alle Videos auf YouTube gekommen sind, posten in einem Thread im Forum. Und das ist der, pardon, das ist der Thread hier. Das war der Falsche. Das ist der, das ist der Thread hier. Führt die Kree zum Sieg, heißt der. Und da werde ich das Save-Game posten. Da könnt ihr euch das holen. Da könnt ihr euch das selber, wenn ihr möchtet, die Partie fortsetzen und eure Ergebnisse, eure Abenteuer, das, was ihr euch erspielt, hier in diesem Thread posten. Ob in kurzer Prosa oder in einem News-Ticker oder in langen Rollenspiel-Texten, eure Sachen. Ob einfach nur in Texten oder in schönen Bildern, in vielen Screenshots, eure Sachen. Ich persönlich finde, je üppiger, je schöner, je bebilderter, desto besser. Und ich gehe dann hin und werde, je nachdem wie viel es ist, nicht alles, sondern ausgewählte Dinge. Ich gucke mal, ich weiß ja nicht, wie viele Sachen ihr postet. Werde ich mir dann schnappen und werde euch das auch zeigen. Demnächst mal, während der kommenden Streams. Werde das dann mal einbetten zwischendurch. Werde den Thread mit euch aufmachen und werde dann zeigen, der User, die Userin, der Siva, die Sivaerin hat, das und das gepostet und die in die Abenteuer erlebt. Das gucken wir uns gemeinsam an. Ich würde sogar sagen, ich beauftrage damit ganz feierlich Matsumen. Hallo Matsumen. Hallihallo, moin zusammen. Hatten wir nicht abgesprochen, aber wärst du bereit, dann quasi in den Thread mal hin und wieder reinzukommen, gucken. Und dann quasi bei den nächsten Success-Streams zwischendurch zu erzählen, was die Leute da, also ich mache dir die Links auf, zeige die Bilder und du erzählst ein bisschen was drumherum. Sehr gerne. Wird dir Spaß machen. Ja. So machen wir das. So machen wir das. Und du hast noch eine andere Sache, die ich zeige dir auch einmal kurz im Bild, damit die YouTube-Leute das rechtzeitig mitbekommen. Es gibt ja den Spieltag bei uns im Community-Forum. Das ist ein Event, was unregelmäßig stattfindet. Im Forum, da treffen sich die Leute auf dem TeamSpeak-Server, audio-mäßig ist das, und spielen zusammen, Multiplayer, Einzelspieler, irgendwas zusammen und ratschen und quasseln darüber. Und da hast du dir was ausgedacht für den 20. Juli, also für den Montag, nach der Veröffentlichung des Videos, beziehungsweise nach dem Stream. Und zwar, das hat sich Matsumen ausgedacht. Genau, wir haben nämlich festgestellt, dass man auch Singleplayer-Safe-Games im Multiplayer fortsetzen kann. Und wir bekommen ja heute das Safe-Game von dir. Und als Angebot für euch könnten wir uns am Montag dieses Safe-Game nehmen und dann gemeinsam mit den Kree und den anderen Fraktionen fortsetzen. Das findet ihr auf der Startseite unseres Community-Forums, also community.writingbull.de oder civilization.writingbull.de. Da sind immer so Hinweise auf irgendwelche Aktionen und Spieltag mit. Diese Spieltage, die sind immer per Bild obendrauf. Der nächste immer und ein Link führt dann direkt auf den entsprechenden Thread und da werde ich das drauf machen. Das haben wir uns überlegt. Ich hoffe, euch gefällt diese Idee. Das ist nicht dasselbe wie ein gemeinsames Let's Play, aber es ist was anderes. Wir können einen neuen Content sehen, wir können Äthiopien erleben und schauen uns das dann gemeinsam an. Und ihr könnt, wenn ihr möchtet, selber zocken und habt vielleicht fühlt sich auch der ein oder andere auch ein bisschen Gebauchpinsel geirrt. Oder es macht ihm oder ihr Spaß dann mal das eigene Spiel, dann mal auf meinem Stream zu sehen, dass ich mal zeige, wie ihr spielt. Und das dann mal im Bild und im Text zeige. Vielleicht ist das ja eine Sache, an der ihr sogar Gefallen findet und die ihr vielleicht dann sogar öfters machen könnt. Das ist so ein kleines Pilotprojekt. Vielleicht gefällt euch das ja. Okay. So, jetzt gehen wir rein und machen weiter. Und das ist der Spielstand vom letzten Mal. Krieg mit dem bösen Purschen. Mit Philipp. Ich sag nochmal kurz den YouTube-Leuten auch. Mit Großkolümbien geht es weiter. Habt ihr gerade mitbekommen. Mit dem Apokalypse-Modus und alle Live-Termine, wann was kommt. Welcher Live-Stream findet ihr ja immer auf Patreon. Im Programmschema, auf Twitch. Im Programm Planen. Links auf Twitch und auf Patreon stehen ja Textbeschreibungen, wie sie das auf YouTube. Es geht Großkolümbien. Werdet ihr voraussichtlich erleben am 17. Juli abends. Dann am 22. Juli abends ab 21 Uhr. Am ersten Termin, den ich genannt habe, am 17. Juli ab 19 Uhr bereits. Und mit Äthiopien und mit dem neuen Geheimgesellschaften-Modus fangen wir am Release-Tag an. Das DLCs, des PEGs. Das wird sein am 23. Juli ab 19 Uhr Streaming-Vellas. Weitere Termine werde ich euch dann noch nennen. Wir haben Krieg mit den Spaniern. Und nicht nur wir, auch noch diverse andere Leute. Philipp der böse Purschen hat auch Krieg mit Roosevelt, mit Teddy noch und mit den Amerikanern. Teilweise auch noch mit mehreren anderen Leuten. Aber die Front bröckelt. Das ist ja unser Heimatkontinent, unser Erzfeind. Er hat ja uns angegriffen. Wir spielen auf Gottheit. Das wisst ihr. Höchster Schwierigkeitsgrad. Zwischendurch an Dacke schon an Chaos-Huschl fürs Verschenken. Und an Adlin für dein Abo. Danke dir. Und wir haben mit Kandi einen Verbündeten an unserer Seite. Und wir haben hier eine ganz fiese Engstelle. Die ist hier. Ganz, ganz fies. Bei diesem Scream und in den nächsten YouTube-Videos hört ihr gelegentlich die Stimmen von Matsumen und von Captain Kiba. Kiba Fox und Matsumen. Hallo ihr zwei nochmal. Hallo. Hallo zusammen. Wir greifen Sevilla an. Wir haben die Stadtmauer bereits runtergebombt. Wir haben Bombarden. Die helfen dabei. Aber das ist eine ganz schwierige Situation für uns. Wir haben einen Engpass. Und das ist echt knifflig durchzukommen. Und wir haben immer noch nicht entschieden. Und wir werden das wohl auch, ihr könnt es beim Weiterspielen selber entscheiden, auf welche Sieg-Variante man geht. Naheliegend ist bei den Cree und bei Pound-Makern der Diplomatie-Sieg. Dann sollte man allerdings die Hauptstadt Madrid nicht unbedingt einnehmen. Denn das ist erober und ein Halten. Denn das Halten einer ursprünglichen Hauptstadt einer anderen Fraktion bringt einem ein Malus von und ich glaube, minus fünf Punkten Matsumen pro Runde bei der diplomatischen Gunst. Und damit wird ein Diplomatie-Sieg zwar nicht verunmöglicht, aber sehr erschwert, Matsumen. Das ist so richtig, genau. Genau. Was immer eine Option wäre, wäre ein Forschungssieg, weil wir sehr stark sind, weil wir hier viele Städte haben auf diesem Kontinent, auf diesem auch mittlerweile viele. Das wäre immer noch eine friedliche Sieg-Variante, die man machen könnte. Und da könnten wir Malgritte einnehmen, halten oder alternativ sagen wir, wir plünern rund um Madrid, verwüsten alles, machen ihn ein bisschen fertig, nehmen vielleicht andere Städte ein und dissen ihn ein bisschen, zwingen ihn in den Staub, demütigen ihn, aber holen uns nicht seine Hauptstadt. Jetzt fahren wir erstmal hier weiter. Wir haben einen Zeitalter-Bonus hier zu sehen. Pardon, das war der falsche. Der bringt uns mehr Stadtbevölkerung auf jeder Stadt auf einem anderen Kontinent als dem Kontinent, wo unsere Stadthauptstadt stand. Das ist der Kontinent, auf dem wir gestartet sind, der grüne Valbara. Hier haben wir neue Städte gegründet, die dann gleich vier Bürger hatten. Und hier im Westen haben wir das gemacht, auf diesem dritten Kontinent, der benannt ist nach der sensationellen großen Musikerin Nena. Na, hier wurde der ganze Kontinent benannt, war wieder sehr eindrucksvoll zu sehen, wie schon in grauer Vorzeit Kontinente entstanden, vergangen und vor Jahrtausenden, vor Jahrmillionen schon benannt worden sind nach einer großen Musikerin, der erst viel später geboren wurde. Sehr beeindruckend, wie hier Geschichte erzählt wird. Sehr, sehr beeindruckend. Nein, der erste Kontinent heißt halt Nena. Das ist dann die Erdgeschichte, die haben diesen Kontinent Nena halt für den früheren Kontinent mal so benannt. Hier können wir im Omnika nicht so viel machen mit dem Handwerker. Ich zeige euch mal die Regierungsformen, die wir eingestellt haben. Es geht ein bisschen auf Kampf, es geht auf Annehmlichkeiten. Und wir bauen viele Hafenbezirke, haben da eine Bonuskarte eingestellt, haben viele Schiffswerfen, die wir im Omnika richten und wollen massiv setzen auf Handel, Handel, Handel. Und die Verbundenheit mit Schiffswerfen natürlich auch auf Produktions- und vielleicht andere Vorteile, die mit Nachbarschaftsboni verbunden sind. Hier parkt er. Mit ihm machen wir hier mal ein Päuschen. Wann kommt hier das nächste Feld dazu? Da oben können wir demnächst uns dann holen und ziehen wir mit ihm schon mal... Ne, der sollte ja ausruhen. Wir setzen einen Runder aus. Das ist unser Reparierer und den wollen wir feizen. Und ihm geht es runter, wieder zurück. So, und das ist die Situation rund um Sevilla. Das Lager kann feuern, Sevilla kann nicht mehr feuern. Wir haben die Stadtmauer runtergebombt, mehr ist nicht drin. Und wir hatten in dieser Runde noch nicht gefeuert mit den Bombarden. Das können wir jetzt noch machen. Hier ist die Frage, befördern oder ballern? Wir greifen erstmal mit den anderen an. Vorher einmal von hier auf Sevilla. Kurs haben wir übrigens noch nicht freigeschaltet. Das geht ab dem Nationalismus. Ab da kann man Einheiten ja stacken. Das wäre immer hilfreich für solche Engstellen. Aber diese Möglichkeit steht uns noch nicht zur Verfügung. Einmal Attacke von hier auf Sevilla. Dann machen wir das von dieser Seite aus hier ebenfalls. Das dauert ein Malchen. Jetzt ist die Frage, was ist uns wichtiger? Schnell angreifen oder abwarten? Da gibt es ja zwei Flügel. Zwei Seelen in der Brust jedes Ziffer und zwei Schulen. Die eine Denkschule sagt immer befördern. Egal, auch wenn man danach nicht mehr ziehen kann. Immer befördern, befördern, befördern. Auf Dauer bringt es das. Da gibt es eine andere Fraktion und deren Tun empört bisweilen die Erste. Und die sagt, ja, im Prinzip ja, aber bisweilen. Man hat es Sinn, aus taktischen Gründen auf die Beförderung zu verzichten. Auch wenn man dann keine XP bekommt für alle Sachen, die man macht. Weil man halt dadurch beschleunigter durchkommt. Und hier ist zum Beispiel bei dieser Engstelle die Frage. Das Lager kann angreifen, Zivir kann nicht angreifen, aber es kann der Konkustador darin angreifen. Ob wir nicht vielleicht sagen, wir machen es vielleicht wenigstens einmal nicht, dass wir befördern und freuen stattdessen weiter auf die Stadt. Damit wir uns auf Nummer sicher, damit wir durch diese Engstelle, die es die ganze Zeit quält, auch wirklich durchkommen. Und ich glaube, da gibt es keine richtig oder kein falsch. Die Projektile werden natürlich super cool. Diese Beförderung kann uns im Prinzip egal sein für den Angriff auf Städte. Aber die Projektile, die werden super stark beim Angriff auf Städte. Dafür sind die sehr hilfreich. Und das wäre wiederum Grund zu sagen, setzt eine Runde aus, wir ziehen das durch, wir harren ab der Dinge. Ja, ich kann nicht sagen, es gibt kein richtig oder falsch. Man kann beides begründen und ich sage mal hier, wir wagen es mal und wir setzen mal eine Runde aus. Das ist übrigens etwas, was ich normalerweise nicht mache, aber ich probiere es jetzt mal aus. Im Nachhinein wird man klüger sein. Im Nachhinein werden neue Einleiten auftauchen oder ausbleiben. Irgendwas wird dann knapp klappen oder nicht knapp klappen. Und der eine Teil von euch wird sagen, wir haben ja alles richtig gemacht, weil er dann im Nachhinein weiß, wie die Situation dann kommen wird. Jetzt wissen wir es nicht. Und der eine Teil wird sagen, um Gottes Willen, es ist falsch oder was auch immer. Wir können es nicht beeinflussen. Hier können wir im Augenblick gar nichts machen. Die Belagerungsturme nutzen, glaube ich, ist die Frage im Chat. Ja, die sollten noch was helfen. Ja, die jetzt nicht mehr. Ich ziehe mal einen vor, aber das ist jetzt eigentlich zu spät, glaube ich schon. Ziehen wir hier hin. Haben noch vier Aktionen. Sägewerke können wir mittlerweile bauen auf Regenwäldern und nutzen das sofort. Hier können wir plündern. Und können dadurch heilen. Nächste Runde dann die Stadt angreifen. Ich greife noch nicht an. Aber ich ziehe mit ihm schon mal hier hin. Ah, das ist riskant. Dann können die auf die Bombarden losgehen. Wir lassen das mal so ab. Er bleibt hier. Der verschanzt sich. Er verschanzt sich. Da kann man heilen und durchplündern hier nicht. Wir bleiben mal hier stehen. Wir warten mal einen Moment ab. Ich denke mir, ach so, er kann ja nicht an Land ziehen. Dann können wir das so machen. Dann wollten wir mit ihm, dem Siedler, wohin eigentlich ziehen? Oh, wenn ich das noch wüsste. Ich glaube, wir wollten nach hier links oben ziehen. Oder ist hier noch ein Siedler schon unterwegs? Ist das der einzige, den wir haben? Ja, das ist der einzige, den wir haben. Und da hatten wir vor, hier oben hinzuziehen, um da eine Stadt zu gründen. Allerdings zieht mittlerweile auch ein Inka-Siedler endlich da mal hin. Das hat er seit Ewigkeiten nicht gemacht. Wir ziehen, ja, Alternativen wären, auf demselben Kontinent gründen, wäre nicht so clever. Das wäre hier derselbe Kontinent. Weil dieser Zeit, das hier, weil der Zeitalter Bonus, dass man plus drei Stadtbevölkerung auf fremdem Kontinent bekommt, nicht mehr sehr lange zählt. Also, das wäre hier ein cooler Startort, aber nicht super cool. Hier unten wäre immer eine Möglichkeit, dass man hier siedelt. Das wäre hier wenigstens ein fremder Kontinent, aber richtig gute Startorte gibt es hier nicht. Das ist alles super langweilig hier zugrunde. Was könnte man sonst noch machen? Gibt es hier einen anderen Standort, wo man sich hinsetzen könnte? Ich sehe nichts. Also, außerdem, hier oben sehe ich auf dieser Seite der Welt nichts. Hier oben, ganz nach oben ziehen und hier gründen. Das kann man machen. Haben wir irgendwo noch einen Siedler eingestellt? Haben wir nicht. Dann nehmen wir den schon mal. Ich setze mal drauf, dass da oben die Inka im Nordwesten siedeln werden. Und wir ziehen stattdessen Richtung Nordosten, weil der Platz da oben auf dieser Insel, den ich gezeigt hatte, der wäre in der Tat genial. Falls wir rechtzeitig dort ankommen. Lord Dunno fragt, hey WB, wann verlost du wieder mal was? Kann ich machen. Im Lauf, wenn du mich am Abend des Streams nochmal drauf ansprichst, dann mache ich einen Lord Dunno-Gedächtnis-Stream am Ende verlose. Dann verlose ich am Ende des Streams zwei Keys. Wenn Lord Dunno bis zum Ende bleibt, wenn wir mit ihm ein Dutzend Leute mich, sagen wir mal, um 10 Uhr drauf ansprechen, dann mache ich um 10 Uhr eine Verlosung. Ist das ein Angebot? Da könnt ihr euch bei Lord Dunno bedanken. 10 Leute müssen aber mindestens das dann Punkt 10 Uhr posten. Kiva, passt du darauf auf, dass sie das machen? Habe ich schon notiert. Wenn es Punkt 10 Uhr nicht ist, verlosen wir nichts. Wenn es 10 Leute gibt, die sich zusammen roten um 10 Uhr und zusammen dann posten, WB, jetzt verlost was. Dann werde ich in der nächsten Pause ab 10 Uhr zwei Keys verlosen von irgendwas. Einfach dann? Das wird dann der Lord Dunno-Gedächtnis-Verlosung. Im Ernst, kein Scherz. Eine Weide hier bitte. Oh, das ist die letzte Aktion. Dann wollen wir erstmal reparieren. Oh, er hat noch ganz viele Möglichkeiten. Was sollte man mit ihm machen? Gibt es hier noch irgendwelche Reparatur-Geschichten? Nein. Mickewabs kann man auf Hügeln bauen. Hier ist ein Mickewab. Haben wir Wohnprobleme? Wohnraumprobleme? Nein. Haben wir Produktion. Also ein Mickewab. Unsere spezielle Modernisierung plus bringt Wohnraumproduktion. Und gegebenenfalls auch ein bisschen Nahrung. Geht nur neben Bonus- oder Luxusressourcen. Kann man die nur bauen. Hier ist eine Bonus-Ressource. Hier sollte man ein Mickewab bauen können. Hier hinten auch. Hier kann man keins bauen. Hier kann man... Was ist denn das? Ist das ein Kahukahügel? Haben wir schon einen Kahukahügel hier in der Stadt? Ja, da ist einer. Einer reicht erstmal aus. Also, dann könnte man hier ein Mickewab hinsetzen. Hier kann man keine hinsetzen. Weil nicht die Nebenbonus- oder Luxusressourcen. Hier könnten wir eins hinsetzen. Zwei nebeneinander geht nicht. Aber hier könnte man tatsächlich... Die KI macht uns, zeigt uns das richtig an. Hier machen wir das. Hier kommt ein Mickewab hin. Und der Handwerker hier. Oh! Liang ist vor Ort. Eine Fischzuchte, bitte. Sehr gut. Fein, fein. Das hilft immens. Eine Runde weiter. Haben wir denn alles gedacht? Ist alles gut so? Neue Reichskanzlei, danke fürs Verschenken. Haben wir alles so richtig gemacht? Fehlt noch irgendwas? Wollen wir denn irgendwas kaufen? Irgendwas handeln? Irgendwas tun? Irgendwas machen? Ich denke nicht. Eine Runde weiter. Wie ziehen die Spanier jetzt? Und das ist ja nicht cool. Was ist denn da passiert? Ist da einer unserer Missionare umgebracht worden? Oder einer... Ich glaube ein bisschen nach uns ist umgebracht worden. Ich glaube, wir haben mittlerweile einen Apostel, der disputant ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Da schauen wir uns gleich nochmal an. Und da hat Buddha. Danke fürs Verschenken. Liebe Grüße. Ich glaube, der Inquisitor wurde besiegt. Das war natürlich saudoof. Und hier sind haufenweise Protestanten. Aber wir haben... Das ist der Sieger. Hier, schaut mal der hier. Der Apostel hat die Beförderung theologischer Kampf disputant. Mit dem ziehen wir rüber und da räumen wir mal auf. Wollen wir in dessen... Wisst ihr was? Können wir mittlerweile noch einen weiteren Inquisitor uns holen, der mit ihm mitzieht? Ist das möglich? Die sind ja relativ billig. Nee. Der nächste Inquisitor, den gibt es ab. Ach Gott. Rot auf Blau. 185. Übernächste Runde können wir einkaufen. Aber der, den wir gerade verloren haben, ich glaube, der hatte nicht mehr viele Aktionen. Das war doof, aber ist, glaube ich, kein Weltuntergang. Nanmadol. Der Stadtstatt Nanmadol ist raus. Unwetter wütet. Unwetter wüten. Wir brauchen dringend mehr Annehmlichkeiten. Wohnraum wird in Salpeter-Spende benötigt. Ja, das ist nichts Neues. Hier haben wir aber alles richtig eingestellt. Und hier wird auch mehr Wohnraum benötigt in Vulcano. Direkt neben dem Vulkan gelegen. Liebe Grüße an Nobby. Danke, dass du dein Geschenk-Abo verlängert hast. Danke, danke, danke. Vulcano. Ja, da können wir auch nicht viel machen. Das ist alles, hier gibt es einfach kaum Platz. Wir können mit Geld und Gold andere Felder dazukaufen. Hier links, das wäre ein cooles Feld, aber das ist relativ teuer. Wäre eine Möglichkeit. Wir können aber einfach nochmal einen Moment abwarten. Hier, Wale. Haben wir Wale? Das weiß ich gar nicht. Sollen wir mal gucken, ob wir Wale-Ressourcen haben? Haben wir die Luxus-Ressource Wale irgendwo schon angeschlossen? Ja. Eins. Haben wir nicht selber angeschlossen, bekommen wir von einem Stadtstaat. Die Frage ist, ob wir uns da nicht selber einen holen wollen. Nun haben wir im Augenblick die sieben Weltmeere noch nicht richtig abgesichert. Das heißt, es kann sein, wenn wir das jetzt kaufen und anschließen, dass dann irgendwo ein barbarisches Schiff kommt und uns quält. Das kann ich nicht ausschließen. Trotzdem wäre das eine Möglichkeit. Wofür sammeln wir nochmal Geld die ganze Zeit? Wollten wir noch eine Bombarde kaufen? Ich kann mich an nichts erinnern. Der letzte Stream liegt anderthalb Wochen zurück. Matsumen, Chat, könnt ihr euch erinnern, wozu wir Geld sammeln? Oder sammeln wir das nur so? Oh, weil wir uns einbilden, das wäre irgendwie cool. Wir könnten jetzt eine kaufen. Wir könnten eine vierte Bombarde kaufen, Matsumen, Chat. Was haltet ihr davon? Siedler kaufen im Norden wollten wir, erinnert uns Udo. Ich lasse Matsumen gar nicht zu Wort kommen. Wollten wir in Hufeisen einen Siedler kaufen? Wie teuer wäre der denn? Ich kann auch, dass wir uns da einen Siedler kaufen wollten. Ist euch Matsumen laut genug oder soll ich ihn lauter machen, frage ich mal in den Chat. Siedler, Siedler, Siedler kaufen, schreibt Udo. Durch drei, durch zweifache Wiederholung. Danke fürs Schieren an die neue Weißkanzlei. Danke. Ja, wir schicken jetzt auch einen hoch gerade. Wir haben ja auch einen gebaut. Er würde uns kosten. Ach Gott, das ist rot auf blau. Nächste Woche kommt meine neue Brille. Ab dann kann ich es besser lesen, aber selbst dann. Ich reg mich pro Stream, pro Videoreihe einmal drüber auf. Ich finde es zu Recht. So ein schönes Spiel. Und warum dunkelrot auf dunkelblau? Was denken die sich da? Etwas lauter bitte. Der Chat hätte dich gerne wissen. Lauter mache ich in zwei, drei Minuten. Danke fürs Feedback. Ja, soll man den kaufen oder soll man einfach sagen, wir nutzen den, den wir gerade rüber schicken. Wie lange braucht der, bis der hier oben ist? Auf normalem Weg. Oh Gott, neun Runden, zehn, neun. Das ist keine gute Voraussicht. Das ist so über den Daumen. Wenn uns die KI hier was wegschnappt, ärgern wir uns tot. Können das Geld, haben wir einen anderen Ort für den Siedler? Wenn wir jetzt oben den Siedler kaufen würden, was, dann könnten wir mit ihm einfach hier die Stadt gründen, hier unten. Wie spannend ist es, hier eine Stadt zu gründen? Vermutlich wenig. Was könnte man da machen? Warum wollen wir hier eine Stadt gründen? Einfach nur so, neben Bullseim. Was bekommen wir hier? Bernstein. Wir bekommen ein bisschen Produktion. Es ist mäßig spannend, ne? Wasser. Schaden kann es nicht, aber... Was machen die Inka? Ja, die wollen hier gleich siedeln. Es könnte sein, dass die Richtung nach... Oh Gott, guck mal, hier haben die Spanier mittlerweile gesiedelt. Es kann sein, dass die Spanier hier nicht mehr siedeln wollen, weil... Äh, pardon, dass die Inka hier nicht mehr siedeln wollen, weil die Spanier sich hier nicht niedergelassen haben. Die KI macht manchmal verrückte Sachen. Wisst ihr was, wir machen folgendes. Wir kaufen da oben den Siedler und ziehen mit eben mal Richtung Westen und schauen, ob wir nicht mit vielleicht ganz viel Glück hier oben noch siedeln können. Weil es geht hier eigentlich. Wir könnten ja coole Plätze der KI vielleicht wegschnappen. So machen wir das, ja? Wegen des Hafens hier siedeln, wird gefragt. Ja, kann man machen. Hier ein Hafen, aber so spektakulär ist es nicht, ne? Klar, kann man machen. Aber es ist mäßig gut. Bernstein, okay, aber... Antenarivo. Wir machen das mal so. Dass wir mit dem Siedler hochziehen, Richtung links. Wieder zurück, da wo wir gerade hergekommen sind. Sehr aufregend. Das ist der schnellste Weg ins Wasser. Und dass wir hier einen Siedler uns kaufen. In Hufeisen. Wie hoch ist denn das Nahrungsplus in Hufeisen? Sehr gering. Ja, aber trotzdem. Wir machen das, Leute. Wir kaufen hier oder kaufen wir hier einen. Wie hoch ist das Nahrungsplus hier? Lass uns das hier machen. Wir haben ja kaum einen vernünftigen Platz, wo man die Bürger beschäftigen kann. Hier machen wir das. Hier kaufen wir den Siedler. Geht nicht, weil... Geht in... Wie viel Runde? Nächste Runde. Oder wir verscherbeln irgendwas an die KI und kaufen dann. Ja? Machen wir das? Wir schauen, dass wir irgendjemand finden, einen KI-Menschen, der uns was Geld und Gold abkauft, kaufen. Und den Siedler schicken wir ihn hoch. So machen wir das. So machen wir das.